Tag ein Tag aus, aber macht nichts Dieser Brüche wegen dir, wenn die Welt ist Will als Simi gefangen in der Matrix Tag ein Tag aus, aber macht nichts Ich glaub den schalt ich mir als letztes frei Ich mag den nicht so Ich mag den nicht so Ja Ich hab keine Waffe Ich auch nicht Geil Treffer Erster Treffer Achtung Ich muss ne kack P20 Ich hab ne Ding Ich hab ne P30 Unter uns Was ist mit ner P30 Ich hab ne P30 Ich hab ne P30 Doch Watson ist hier gerade raus Ja Ich hab ne P30 Warte meine Bilder auf Der Ring ist in der Nähe Zehn Sekunden Benutze Hacken Die sind da oben aufm Dach und am Ah ne, wart noch die sind da dran Schnelle Kontakt zum Feind her Der Enkel legt dich auf. Hui! Okay, mach doch nicht sowas. Komm mal her. Komm her. Achtung, hier kommt was. Vantage Crack. Okay. Hab ich. Ja, Vantage ist nach dahinten. Hinter uns. Was? Crack! Der ist oben, oder? Ne, die sind glaube ich wieder runter gejumpt. Lade meine Schilde. Lade meine Schilde. Lade meine Schilde ab. Lade meine Schilde ab. Lade meine Schilde ab. Lade Fett, Klammer. Achtung, äh, Bloody, der ist unten. Lade, weiß ausgeschaltet. Perfekt. Die Gegner schießen auf mich. Die Gegner schießen auf mich. Die Gegner, genau hier. Aktiviere meinen Knöchel-Cluster. Lade. 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 nicht die wohlfahrt ich bin der neue kill spitzenreiter epochal ich bräuchte mein rucksack halt auch ne witz ne kommt hier der müsste doch jetzt wenn er da hinten dran ist schaden kriegen oder theoretisch ab 1 habe auch ein deine angst ist meine ulti krieg ich doch mit dem match caustic ja mörder aber ich bin den habe ich doch schon alles gut ich brauchte nur leichte munition hat auch da ist ich bin ein kill spitzenreiter ich habe gedacht unser med ist einer ich habe jetzt vier kills und wünschen spitzenreiter brauchst du leichte oder ich hatte nur irgendwie leichtes visier drauf das klang verdammt nah auf einmal ach da oben von oben glaube ich hat ihn ich wollte schon sagen der ist so low ja alles gut hat er direkt rausgezogen als er getötet wurde oder was weiß ich nicht aber raus gibt ob du den kill bekommen hast jetzt ne habe ich nicht einfach warum habe ich jetzt kein kill bekommen bei mir stand dass er eliminiert ist jetzt ist er tot bitteschön danke war die trägt so ernsthaft da hinten dran deswegen habe ich meine cluster eigentlich gerade da reingeschmissen und dachte hä wieso trifft denn davon nix wenn du mal den repetierer gewöhnt bist du an den einzel schuss repetierer ist eigentlich recht stark da ist einer wo ist da 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 dann drei ja alle glaube ich zwei auf jeden fall ich geh noch ein stück hier hoch hab ein geknackt los wir müssen mit rein einer ist genockt 2er sind's ich komm denn rein Oh, oh. Nein! Nicht hier landen bei uns. Doch. Nein! Finde ich nicht okay. Lade Schilde aus. Achtung, die kommt! Ah ne, da kommt der Vater da. Ne, der kommt da oben drauf. Ist die alleine? Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich repariere mich selbst. Wir haben Glück. Wir sind schon im Ring. Gegner genau hier. Ich schweiß es halt nicht. Ach, der hat den goldenen Rucksack. Ich höre meine Hände. Ich werde beschossen. Ich habe die Runde. Aktiviere meinen Knöchel-Cluster. Ich benutze mein Fisk. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Ich gönne nur meinen Schilden eine Aufladung. Ich glaube, die ist alleine. Ich seh immer bloß die. Eigentlich müssten wir die voll pushen hier irgendwo. Ja, dann komm. Dann pushen wir. Okay. Doch, nicht alleine. Wieso kommt dann immer bloß einer? Nein! Komm schon. Lade meine Schilder auf. Ich habe halt echt das Problem, ich habe keine großen Medis, ey. Ich will dich haben, ist mir scheißegal. Kannst du hochkrabbeln oder so? Wo hoch? Ich komm nirgendswohin. Kommst nirgendswohin. Schade. Ich kann nur hier hinten. Na, hier hinten dran. Warte, hier. Vielleicht holt er dich. Weil ich muss... Ich bin bei dir, mein Freund. Ich stehe unter dem Schild. Ich stehe unter dem Schild. Eine Heildrohne, falls nötig. Schau mal die Schilder auf. Okay, der Oki ist halt noch über uns. Schaffst du es wieder mit rein? wenigstens hatte der jetzt komm 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 gut brave lifeline hier ist auch noch eine rote weste drin in der kiste wo in der wo ich gerade angepinkt aber jetzt müsste der ock hier oben drauf alleine sein irgendwas müssen wir jetzt machen ja natürlich habe es versucht das war gerade in dem moment natürlich wieder zu mir kommen muss und nie weiter zu dem Team vorne guckt, war jetzt durch. Ich glaube, wir müssen. Ich weiß. Ring ist in der Nähe. Zehn Sekunden, haltet euch ran. Valkyrie ist Crack. Sie ist low. Nein! Ach man, dieser Kack-Ocki. Er hat ihn. Hebe mich schnell. Geh ihm helfen. Ja, ja. Wo ist er? Da hinten. Im Haus, oder was? Ne, oben. Ach da. Ich rutsche runter. Ey. Aber er muss herkommen, er ist auch alleine. Ring ist in der Nähe. 45 Sekunden. Die Zeit läuft. Es müsste zu schützen. Zerstören! Nein! Huch! Ich bin irgendwo jetzt hier in der Spalte runtergeflutscht. Ring ist nah. Ring ist in Witsch unterwegs. Wow, 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 wow. Setz erheizig! Sets zeh, hör. Habe, hör her, hör her! Hier zu schwimmen! Oh, nicht davor, Pessi! Oh, nicht davor, Pessi! Ich bin bereit! Hab ihn! komm jetzt bitte habe ich den damit jetzt noch zusammen ansonsten gemobst habe ich in dir das ist jetzt wieder richtig ärgerlich gemobst habe ich in dir dann flipp ich gleich aus hey gemobst habe ich in dir nein ich hab meine zucker